Wie ist das, ein Kindsohn? Das ist das einzig Richtige, was mir je passiert ist. Wahrscheinlich sei ich besser dran ohne mich. Für keinen Kind ist es gut, wenn es die Eltern nicht sieht. Und wo soll es hingehen? Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwo ein Meer. Balermo vielleicht. Wieso Balermo? Sei nicht, stell mir das schön dort vor. Keiner dort den kennt. Balermo. Ist eh schön. Da bin ich mocht bestunnen.